Herzlich Willkommen zu Beyond Simracing, dem Interview-Podcast von Virtual Racing. Mein Name ist Kurt Blumenthal und ich interviewe für euch in diesem Podcast die spannendsten, besten und interessantesten Simracing-Akteure Deutschlands. Unser heutiger Gast heißt Marcello Tocco. Bereits seit 2012 designt Marcello unter dem Namen Mato Colori Fahrzeugdesigns im Simracing. Im Podcast erzählt der 31-Jährige worauf es dabei ankommt und was sein großer Traum ist. Wir wünschen euch viel Spaß bei Beyond Simracing mit Marcello Tocco. Marcello, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du uns hier heute besuchst im Podcast. Du bist ein richtiger Simracing-Fahrzeugdesigner. Du hast schon richtig viele Fahrzeuge gestaltet in den letzten Jahren. Mich interessiert erstmal, seit wann entwickelst du Designs im Simracing-Sport und wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen? Ja, hi. Erstmal danke für die Einladung. Freut mich hier zu sein. Und wann ich angefangen habe, ist schon eine Weile her. 2012 habe ich mit dem Simracing angefangen und damit auch da dann Designs zu machen. Wobei, ich habe auch schon viel früher mit angefangen. Also ich bin irgendwie 2007 in die Ausbildung zum Mediengestalter gegangen und auch selbst davor in der Schule schon Grafikkram immer gemacht. Autos waren auch immer schon ein Hobby. Von daher lag das nahe, dass irgendwann mal das auch zum Hobby werden würde. Und es fing halt mit Spielen wie Need for Speed oder sowas an, die so einen Editor dabei hatten. Und als ich entdeckt habe, dass es im Simracing viel offener und viel detaillierter und sowas wird, dann bin ich da halt einfach so reingerutscht. Was fesselt dich daran, so Fahrzeugdesigns zu gestalten? Ist es das, wenn man es in einer Live-Übertragung sieht, das eigene Fahrzeug oder wie sieht es in dir drin aus? Ja, da gibt es mehreres. Also das Live dann zu sehen auf der Strecke in irgendeiner Übertragung oder so ist natürlich großartig, weil man weiß, okay, das habe ich gemacht und man sieht es natürlich immer ganz gerne, was man gemacht hat. Aber es ist halt auch einfach der Prozess. Ich habe immer Spaß daran, gerade dieses Kreative, weil man Vorgaben hat. Viele kommen dann auch und haben nur irgendwie ein Logo als Vorstellung oder Farben und lassen mir dann den freien Lauf, was ich machen will. Und da dann immer so den Mix aus Simracing und dann irgendwie vielleicht auch was, was auf der realen Strecke sein könnte, was ja auch immer ein bisschen unterscheidet, so das hinzukriegen, es macht mir einfach Spaß. Also du bekommst Aufträge, machst das aber auch, denke ich mal, teilweise frei Schnauze. Was braucht man denn, wenn man mit einem Fahrzeugdesign anfängt, was dann irgendwann in einer Simulation zu sehen sein soll? Technisch braucht man halt einfach die Templates und die Programme dazu und das ist ja einfach beschafft. Da braucht man jetzt auch nicht unbedingt ein Photoshop, was teuer ist. Da gibt es auch so viele Freeway-Programme, wo man mit arbeiten kann. Viel wichtiger finde ich einfach, das klingt jetzt so klischee-mäßig, aber erstens sollte man Spaß daran haben, weil sonst bringt es einem das ja überhaupt nicht und das bringt es halt auch nicht voran. Aber irgendwie so diese kreative Ader, finde ich. Und was viele nicht machen wollen, sich irgendwo inspirieren lassen, wobei ich sage, man kann nichts neu erfinden. Von daher diese Inspiration von realen Fahrzeugen sich anschauen. Im Simracing, man hat ja so E-Sports-Teams und sowas, wirken ja dann auch mal doch mal ein bisschen anders, sich so inspirieren lassen und daraus so einen eigenen Stil kreieren, wo man dann früher oder später hinkommt. Das ist so das Beeindruckende für mich da dran. Nochmal vielleicht direkt nachgehakt, wo genau holst du dir deine Inspirationen? Überall. Also angefangen einfach bei Google irgendwie das Fahrzeug und Livery eintippen, um zu gucken, was so real schon rumgefahren ist, teilweise irgendwas wie Pinterest. Oftmals auch wirklich, dass ich sie nur irgendwelche anderen Teams gesehen habe und ein einziges Element hat mir davon gefallen und dachte mir, daraus könnt ihr was anderes verbasteln. Aber ich stand auch irgendwie schon morgens im Bad und hatte mein Deo in der Hand und dachte mir, ach Mensch, das ist eine coole Kombination von Farben und Elementen. Das könnte ich ein bisschen umwandeln, dann könnte was draus werden. Also es passiert überall gefühlt. Jetzt hast du so eine Idee, du hast es jetzt ganz abstrakt mal gesagt, im Bad, wenn du dein Deo benutzt. Wie fängst du dann an mit dem Designen? Was sind die ersten Schritte? Das ist unterschiedlich, weil je nachdem, ob man jetzt nur Farben hat und man ein Muster hat oder ein Logo hat. Also das, was ich als erstes habe, versuche ich auch irgendwie aufs Auto zu platzieren, wo ich es mir vorstelle. Ich nehme mir an, ich habe jetzt einen Sponsor und mein eigenes Logo und ich möchte mit meinem eigenen Logo was machen. Dann platziere ich es da, wo ich weiß, da möchte ich es groß haben. und versuche dann da drauf, Stück für Stück mich immer weiterzuarbeiten, dass das alles ineinander passt. Es ist wirklich so das Element, was mir als erstes einfällt, also was das tragende Element ist, was mich inspiriert hat, versuche ich erst auszuarbeiten und darauf dann die nächsten Schritte, das Komplettpaket aufzubauen. Nimm uns doch mal ein bisschen mit in den Entstehungsprozess. Was sind vielleicht die größten Herausforderungen auch? Die größten Herausforderungen sind wahrscheinlich wirklich die Templates, weil jeder, der es noch nicht gesehen hat, das ist ja, wir haben ja ein 3D-Auto und man kann sich das vorstellen, wie als ob es aus Papier wäre, man es aufklappt und dann hat man das Plan nur vor sich liegen und ganz viele Teile sind dann auseinander geschnitten worden und liegen irgendwo rum. Und wenn man dann ein sehr aufwendiges Design hat, wo große Elemente über Tür und irgendwie hinteren Radkasten und sowas gehen, dann hat man oft, dass die auf diesem Template, wo ich drauf nicht rummale, gar nicht beieinander sind. Und da dann diese ganzen Verbindungen immer zu schaffen, dass das alles nicht verzerrt ist oder irgendwie ein Versatz drin ist, hat mich schon oft sehr verrückt gemacht. Du hast jetzt auch schon erzählt, du hast tatsächlich richtige Auftraggeber oder Teams, die wahrscheinlich auch genauere Vorstellungen haben, wie ihr Fahrzeugdesign auszusehen hat. Wie sieht denn so ein Auftrag aus, den du bekommst? Da muss man auch noch mal ein bisschen unterscheiden. Ich habe jetzt als Beispiel Leipat eSports. Die basieren auf dem realen Leipat Motorsport. Und die haben irgendwann mal zusammengefunden und haben dann gesagt, hey, repräsentiert uns doch als Simracing-Team, als eSports-Team. Und die kamen zu mir und sagten, das Team hat reale Autos, doch die sind sehr schlicht, was ja jetzt erstmal nicht verkehrt ist. Aber die sagten, so als eSports-Team möchte man ja doch immer ein bisschen noch mehr auffallen. Also so haben die mir Vorlagen gegeben, was für Autos die von denen, die real rumfahren, toll finden. Sagen, das sollte wiedererkannt werden, aber kannst du nicht noch ein paar Elemente reinsetzen. Weil wir haben die Freiheit bekommen, ein bisschen kreativer da zu werden. Und dann fange ich halt an, baue das auf, setze ein paar Elemente noch rein, spreche das mit denen ab. Wichtig ist dann natürlich, oft haben die dann auch Sponsoren, die bestimmte Positionen haben wollen oder dürfen sich nicht mit anderem schneiden oder so. Wohingegen, dann gibt es die, die quasi sich im eSports gegründet haben. Und da ist man sowieso ein bisschen freier. Da kommt öfters schon auch nochmal Sponsoren dabei. Und denen ist halt eher nur wichtig, dass man wiedererkennt, dass sie es sind. Die haben halt oft schon mal Farben, aber da bin ich dann schon ein bisschen freier zu sagen, wie ich meine Formen und Elemente einsetze. Wichtig ist halt nur, dass wir uns auf was einigen, was ich dann auch wieder auf viele Fahrzeuge reproduzieren kann, dass es nicht zu kompliziert oder zu sehr auf ein Auto aufgesetzt ist. Inwieweit bist du da auch sowas wie ein Berater? Ich habe beides eigentlich schon erlebt. Also es gibt welche, die wissen ganz genau, was sie haben wollen. Und ich kann immer versuchen, ein bisschen denen zu zeigen. Aber wenn die was im Kopf haben, dann ist das auch kein Problem für mich, weil wenn es die Vorgabe ist und man das auch so umsetzen kann, warum nicht? Aber es sind viele dankbar darum, dass, dann setze ich schon mal um und zeige so, hey, ich hätte aber einfach aus meiner Erfahrung, haben das viele so gemacht und es macht einfach Sinn, weil so und so. Und dann zeige ich denen einfach andere Varianten und erläutere denen, warum ich das so sehe. Und oft kamen dann Gespräche, wo manchmal sogar so Zwischenversionen entstanden sind, wo die dann auch gute Ideen mit reingebracht haben, gepaart mit meinen Ideen. Und da ist dann immer so ein schöner Kompromiss entstanden. Wir haben ja schon gehört, du bist gelernter Mediengestalter. Also machst das jetzt nicht nur als Hobby hier, sondern machst so welche Arbeiten auch vollkommen beruflich. Inwiefern nimmst du da auch Erfahrungen aus dem richtigen Beruf mit rein? Ist das hilfreich oder würdest du sagen, das sind zwei Welten? Zwei Welten würde ich jetzt nicht sagen. Also ich bin nie in diesem Automotive-Bereich gewesen, wo ich wirklich Fahrzeuge gedesignt habe. Ich bin querbeet schon an einem gewesen von irgendwelchen Supermarktketten, wo ich Broschüren gemacht habe, zu Postern, zu mit welchen Künstlern zusammengearbeitet und sowas. Das hat mich noch nie richtig in die Autoindustrie gepackt, wobei ich jetzt gerade in einem großen Autohaus bin und dort die Werbung für mache. Aber da designe ich ja nicht die Autos, das ist ja eher die Werbung und die Aktionen. Aber es hilft insoweit, dass man ja Gestaltungsregeln gelernt hat und ein Auge für Schriften, Farben, Kontraste und sowas alles bekommt, was man schon da mit reinbringen kann. Und was natürlich auch immens hilft, man hat schon immer mit den ganzen Programmen zusammengearbeitet. Man hat eine schöne Kombination, wo manche vielleicht gar nicht auf die Idee kommen, ich könnte dieses Programm jetzt noch dazu holen, weil das erleichtert mir diesen Prozess. Da spielt dann alles ein bisschen ineinander, dass ich sage, die Erfahrung hilft mir natürlich immens, da einen guten Workflow zu haben und mir nicht immer irgendwie Gedanken zu machen, wie setze ich es technisch um, sondern kann schön in der kreativen Welt bleiben. Wie lange sitzt du so ungefähr an einem Fahrzeugdesign? Ja, das werde ich oft gefragt und das ist immer schwierig zu beantworten, denn es kommt darauf an, wie ist das Template, was ist das für ein Auto, wie sind die Vorstellungen, wie viele Korrekturen hat man da. Also ich habe schnell, sage ich mal, sind das so in drei, vier Stunden hat man das durch, wenn man so ungefähr weiß, was man will. Dann gibt es natürlich, wo man mal so eine Blockade hat und alles auf dem Auto nicht so schön aussieht, dann dauert es halt länger. Und ich habe auch schon solche gehabt, wie ich zum Beispiel so für irgendwelche großen Rennen, für ein 24-Stunden-Rennen, hat jemand dann gesagt, wir brauchen so ein Special-Design, das soll wirklich außergewöhnlich sein, am besten auch noch asymmetrisch. Und dann versucht man da irgendwie ganz speziell was zu machen und dann habe ich auch schon mal, wo ich dann acht, neun Stunden oder mehr dran saß, weil ich dann auch wieder was verworfen habe und da macht man sich dann mehr Gedanken und steigert sich so ein bisschen da rein. Also es kann lange dauern, muss nicht unbedingt. Kannst du mal einen Richtwert vielleicht nennen, wie lange so ein Design im Schnitt im Entstehungsprozess braucht? Ich würde sagen, gehen wir da auch mal mit Planungsphasen so ein bisschen aus, bin ich so bei, ja, sagen wir fünf Stunden für so den etwas mehr Standardskin. Das ist, finde ich, tatsächlich relativ wenig Zeit für so ein großes Projekt. Ist das etwas, was dir leicht fällt? Kommst du schnell in so einen Flow oder ist das dann, auch wenn es nicht so lange ist, wirklich mega konzentrierte Arbeit? Ja, ich habe da schon öfters mal mit Leuten drüber geredet und an irgendeinem hatte man ein schönes Argument und sagte, natürlich ist man, wenn man das seit Jahren macht, schneller da drinnen. Und gerade diese Skills, die man sich eingeeignet hat über die Zeit, sorgen dafür, dass man weiß, wo man hinmöchte und wie man Handgriffe macht. Und dadurch ergibt sich irgendwann immer weniger Zeit. Als ich angefangen habe und nicht wusste, wie man mit den Templates umgeht und mir viele Kniffe und Tricks fehlten, dauerte das natürlich auch alles länger. Aber dadurch, dass ich das so oft immer und immer wieder mache, weiß ich halt oft auch, dann kommen natürlich auch die gleichen Fahrzeuge wieder und dann habe ich zum Beispiel, ah ja, beim Fahrzeug XY, da dieser kleine Flap, den habe ich immer gesucht und das weiß ich ganz genau, weil ich schon dreimal damit verrückt geworden bin, wie ich den richtig paynte. Und dann ergibt sich das, dass da irgendwann diese Zeitersparnis drin ist. Verdienst du mit dem Designen von Simracing-Fahrzeugen Geld? Ja, irgendwann habe ich damit angefangen, weil jemand sagte, du, warum machst du das nicht eigentlich? Und ich hatte keine Gegenantwort und dadurch hatte ich mal angefangen. Und ich bin auch gerade dabei, ich werbe nicht mal dafür. Das Schöne ist einfach, dass anscheinend sich das auch so rumspricht und immer mehr Leute zu mir kommen. Und ich kann, also ich muss sagen, es ist ein schönes Gefühl, wenn man weiß, dass den Leuten das anscheinend so sehr gefällt, dass immer wieder jemand kommt und davon gehört hat oder es gesehen hat. Neben dem finanziellen Aspekt, was würdest du sagen, was treibt dich am meisten an bei dem Designen von Simracing-Fahrzeugdesigns? Ich würde sagen, die finanzielle ist gar nicht mal der Hauptpunkt, weil ich habe das ja auch lange vorher ohne gemacht und selbst da hatte ich dann Spaß dran. Und ich bin so ein Projektmensch, ich bin so ein Kreativer und dann habe ich meine Ideen und will die durchsetzen. Und irgendwann hat es sich durchgesetzt, dass die Leute mögen, was ich an Designs für Fahrzeuge mache. Und ganz oft hatte ich auch, dass jemand dann auch sagt, ich kann nicht viel dafür geben, aber hier und ich würde das ja gerne machen. Und ich mag es einfach, wenn es jemandem ermöglicht ist, weil es ist halt ein tolles Gefühl, mit seinem eigenen Auto, mit seinem eigenen Teamdesign auf der Strecke zu sein und zu sagen so, hey, ich repräsentiere jetzt mein Team, meine Farben, wie auch immer. Und dadurch finde ich das immer schön, wenn Leute sich freuen, was ich gemacht habe. Ich dann auch. Ich hatte zum Beispiel mal eine Rennserie, da bin ich mitgefahren, da sind irgendwie acht bis neun Teams mit Autos von mir rumgefahren. Die haben dann auch nicht nur ein Auto gehabt. Quasi habe ich das komplette Feld von meinen Designs gesehen. Das war mal wirklich ein krasses Rennen, wo ich an Autos vorbeigefahren bin und mir immer dachte so, nee, ist schön zu sehen. Was würdest du sagen, welches Projekt in der Vergangenheit war das, was dich am meisten an deine Grenzen gebracht hat? Was war die größte Herausforderung? Oh, interessante Frage. Wir hatten mal, was mir spontan einfällt, es waren zu Faktor-2-Zeiten, da bin ich nicht mehr ganz so aktiv, mache immer noch was, aber da hatten wir, da kam jemand auf mich zu und sagte, ich plane 24 Stunden Rennen, aber ich will richtig reinhauen und ich will unterstützen, was du machst. Mach doch sowas wie so ein, dass du so eine Art Hauptsportler und so bist. Und dann sind wir hingegangen und haben, es waren Sparinnen und da hat man ja zum Beispiel Rouge Rallion hoch, da sind diese riesen Schilder und solche Sachen haben uns dann rausgesucht und haben dann überall Branding drauf gemacht. Wir haben AKWs im Paddock geändert und für alle Fahrzeuge so Templates vorbereitet mit Nummerntafeln, die wir selbst gemacht haben, Scheibenbanner und das Ganze auch nicht so, so viel früher. Also es ergab sich, dass wir in recht wenig Zeit so viel wie möglich eigentlich machen wollten und wenn man einmal so im Flow ist, dann will man natürlich immer, wir könnten ja auch noch das machen und noch hier, wollen wir da nicht noch so ein Poster machen, dass wir dann ins Forum checken können und da ist viel Arbeit entstanden, aber ich war halt auch, man muss einfach sagen, ich war auch sehr stolz darauf, als das Ding dann durch war, das Event auch wirklich sehr gut gelaufen ist und nur gutes Feedback kam, dann zu wissen, dass ich da überall on Tour vertreten war, war ein großes Ding für mich. Auf welches deiner Werke warst du am meisten stolz oder bist du am meisten stolz? Das ist schwierig. Vielleicht wirklich dieses Rennen, weil das so ein bisschen mein großes Rauskommen war, dass sich das alles so ein bisschen rumgesprochen hat, aber so per se ein spezielles Fahrzeug, ich habe zu oft, dass ich sage, das mag ich sehr gern, das mag ich sehr gern, was, wenn ich es jetzt so sage, selbst merke, natürlich eine sehr schöne Situation ist, weil man ja oft, wenn man selbst Sachen kreiert, die doch sehr negativ betrachtet, weil man schaut ja dann immer auf andere und andere machen es ja viel besser und aber ich habe oft, dass ich mir denke so, nee, das ist schon schön geworden, von daher ist es sehr schwierig zu sagen, das ist der eine oder das ist das eine Projekt. Du machst das jetzt schon für ein bisschen Geld, aber trotzdem ist es ja immer noch Simracing sozusagen. Du hast das vorhin auch schon mal angedeutet, du hast direkt gesagt, du hast es noch nie für ein richtiges Motorsport-Team gemacht. Ist es ein Traum von dir, vielleicht auch irgendwann mal ein echtes Rennauto zu designen? Ja, 100 Prozent. Also ich habe auch schon öfters an solchen Contest-Zeilen genommen, wo man gewinnen konnte, dass das Team dann in diesem Event mit dem Design fährt und meistens hat man dann auch irgendwie, dass man eingeladen wird und sowas. Alleine, das wäre schon so ein großer Traum, aber weit drüber hinaus gehen würde, so zum Beispiel wirklich ein Team, das mich dadurch irgendwie erkennt. Wie zum Beispiel, da ist ja jetzt Leibhard E-Sports und die haben ja auch ein reales Team. Das ist jetzt nicht, dass ich irgendjemand, wenn das jemand hört, das erzwingen will, aber Herr Leibhard, wenn Sie das hören, darüber zum Beispiel in so ein Team kommen und da was machen, wäre auch nicht schlecht. Also ich würde liebend gerne da reinkommen. Eine Möglichkeit wäre vielleicht das, was du jetzt auch schon forciert hast. Seit einiger Zeit trittst du ja in den sozialen Netzwerken unter dem Namen Mato Colori auf und stellst dort deine Designs, deine Ergebnisse zur Schau. Wie bist du dazu gekommen und inwieweit pusht dich das vielleicht auch, weil du da vor allem positives Feedback bekommst? Das passierte irgendwann auch um den Dreh rum, wo ich hatte das schon mal mir so ein Logo ausgedacht und das ein bisschen ins Laufen gebracht, bis dieser eine Simracing, sagen wir, das ist eine Freundschaft, ein guter Bekannter, der sagte, mach mir dieses 24-Stunden-Rennen und er war einer, der meinte, das ist super cool, was du machst, warum puschst du das nicht mehr? Und er hat mir eigentlich mal so in den Hintern getreten, kümmere dich doch mal drum, mach mal mehr, mach mal eine Präsenz irgendwie, das wird sich für dich lohnen. Und ich bin bis jetzt dankbar, dass er da so ein bisschen hinterher war, mir so in den Hintern zu treten und zu sagen, mach das mal. Dann habe ich das alles erstellt, das ging ja noch nur so langsam los und ich muss auch jetzt immer noch gestehen, ich bin da immer so ein bisschen Social-Media-Faul und könnte eigentlich mehr reinpacken, als ich mache. Arbeitet jetzt auch schon ein bisschen länger, eine Web-Präsenz zu bekommen, dass ich auch wirklich sage, hey, das ist mein Portfolio und kann das zeigen. Ich bin noch so mitten im Prozess, das alles ein bisschen größer werden zu lassen, um zu gucken, wo es hinkommt. Ich habe mir jetzt keine festen Ziele gesetzt, ich muss das erreichen, aber solange es läuft und ich merke, die Interesse ist da und es wächst, denke ich mir, ich kann nicht einfach aufhören, ich muss das irgendwie wachsen lassen, auch wenn ich mein eigenes Tempo nehme, ich muss das jetzt nicht hassten, weil es ja immer noch so ein Hobby nebenbei ist, das ist jetzt nicht mein Beruf. Dadurch ergibt sich das so, dass du so ein bisschen nach und nach wächst und man sieht, wo ich hinkomme. Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung, in der ich euch gerne Virtual Racing vorstellen möchte. Auch dieser Podcast ist ein Angebot der Virtual Racing Community, die über 500 Fahrern in über 20 Rennserien ein Zuhause bietet. Von Tourenwagen über GT-Boliden bis hin zu Prototypen und Formelfahrzeugen aus Historie und Neuzeit. Egal in welchen Rennwagen ihr euch am wohlsten fühlt, in der Virtual Racing Community werdet ihr höchstwahrscheinlich fündig werden. Das alles findet statt auf der Bandbreite der fünf beliebtesten Simracing-Simulationen. A-Factor 2, iRacing, Assetto Corsa, Assetto Corsa Competizione und Race Room Racing Experience. Damit euch eure Liebsten bei den Rennen zuschauen können, werden die Rennen von den Kommentatoren von Virtual Racing auch live in eure Wohnzimmer übertragen. Bei den Langstreckenrennen sogar 24 Stunden lang am Stück. Alle Informationen bekommt ihr auf der Homepage oder im Virtual Racing Forum mit über 25.000 Mitgliedern. Schaut also vorbei auf www.virtualracing.org Nun aber zurück zu meinem Gespräch mit Marcello. Ich würde jetzt gern ein bisschen nochmal ins Detail gehen. Wir haben ja die Sondersituation im Simracing, dass wir verschiedene Bühnen sozusagen haben. Wir haben verschiedene Simulationen und dementsprechend wird sich sicherlich das ein oder andere unterscheiden. Welche Unterschiede gibt es denn zwischen den Simulationen, was die Designprozesse angeht? Im Kern sind eigentlich alle sehr ähnlich. Am Ende hat man das 2D-Template, was auf ein 3D-Fahrzeug dann draufkommt und von dem, wie ich auf dem Fahrzeug arbeite, ist es eigentlich sehr, sehr ähnlich. Aber der Unterschied liegt dann weiter außen. Wie zum Beispiel in iRacing, da habe ich das Problem, ich habe irgendwann mit iRacing aufgehört, da hat man das Bezahlmodell und dadurch, dass ich selbst nicht mehr viel iRacing fahre, habe ich auch keinen aktiven Account mehr. Und das heißt, wenn dann jemand auf mich zukommt und sagt, möchtest du nicht für uns machen, dann muss ich irgendwie gucken, ob ich mir selbst nochmal einen Account mache. und die haben jetzt auch, ich weiß nicht, wie lange es ist, weil ich lange aus iRacing raus war, aber die haben jetzt so einen 3D-Car-Viewer, den es vorher nicht gab, deswegen muss man vorher das Spiel immer laden und da drin die Texturen aktualisieren und sowas. Die Handhabung ist da schon viel schöner geworden. Und Assetto Corsa Competizione zum Beispiel, da sind im Internet im Umlauf, da gibt es so 3D-Modelle von nur der Karosserie. Das heißt, da kann ich mir im Photoshop zum Beispiel schon angucken, in Echtzeit, also in Echtzeit, wie sieht das, was ich mache, grob auf dem Auto aus. Und so hat jede Simulation andere Kniffe, was wir da teilen, brauchen wir, wie lange brauchen die zum Speichern. So ein R-Faktor 2 zum Beispiel benutzt das Format DDS, was von Nvidia ist, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Und das braucht im Verhältnis viel, viel länger zum Speichern. Wenn ich dann so eine Fummelarbeit habe, wo ich, wie ich schon gesagt, so Übergänge auf dem Template irgendwie versuche zu verbessern, dann muss ich halt immer wieder diese Datei speichern, immer wieder ins Spiel rein und dann immer wieder in diesen Showroom gehen. Dadurch ergeben sich, was ich lieber mache und was eher so meine Prio-SIM ist, wo ich echt sagen muss, Assetto Corsa-Kompetition hat sich gerade dadurch ergeben, dass ich selbst am aktivsten dort bin, dass ich da die beste Handhabung habe. Aber am Ende des Tages, wie gesagt, ich war ja in iRacing jetzt lange auch nicht drinnen so und dann hatte ich einen, nehmen wir es Kunden, sagen wir mal, der sagte, ich möchte gerne ACC und iRacing. Dann haben wir ein bisschen drüber gequatscht, ob er mir seinen Account zur Verfügung stellen kann. Dadurch musste ich mir keinen kaufen und konnte da rein. Und er sagte, ja, und die haben ja ein bisschen was umgestellt. Dann habe ich mich ein bisschen reingelesen wieder und am Ende des Tages habe ich gemerkt, ja, da bin ich schnell wieder drinnen. Klar haben die Änderungen gemacht, aber am Ende des Tages sind die Systeme nicht so verschieden, als dass ich vollkommen fremd da drin wäre und verloren wäre. Gab es besondere Innovationen, die du jetzt nennen könntest in den letzten, ja, tatsächlich schon fast zehn Jahren, wo du das hier machst, die deine Arbeit wirklich erleichtert haben oder wo du sagst, ich kann es jetzt noch besser in Szene setzen oder ist es tatsächlich, was das angeht, relativ gleich geblieben? Was mir, zehn Jahre ist ja schon ein weiter Zeitraum. Ich weiß noch, wie ich damals auch R-Faktor-1-Zeiten und GTR 2 da schon Designs gemacht habe. Irgendwann fing das ja an, dass die Simulationen mit so verschiedenen Materialien anfingen, wie Chrom oder mattes Design und sowas. Und das hat sich immer mehr da reingesetzt, dass es einfacher ist, damit zu arbeiten. Damals war es fast schon unmöglich, sowas mit einzusetzen oder ziemlich kompliziert. Da gab es immer mal Umwege, aber da war ich auch noch an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, nee, sowas mache ich nicht. Mittlerweile ist das schon eigentlich der Standard geworden, wenn man solche Spielereien macht. Eine Frage, die glaube ich auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen haben, ist folgende. Worauf muss man denn aus rechtlicher Sicht achten, was die Lizenzen angeht, wenn man so ein Fahrzeugdesign macht? Ja, das ist ein sehr spannendes Thema, was sich irgendwie nach und nach für mich erst so erschlossen hat, weil wenn man anfängt, das habe ich eigentlich bei jedem so gemerkt, mit wem, egal, ich darüber gesprochen habe, man fängt an und dann mag man diese Show von wo auch immer, so eine Netflix-Serie oder was auch immer und möchte gerne darauf so ein fanbasiertes Design machen, wo viele dann gar nicht drüber nachdenken, ja klar, ich habe keine Rechte an dem Logo, ich habe kein Recht an diesen Bildern und was zählt als Fanart, was ist geklaut und da muss ich sagen, da gab es damals schon viele Sachen, wo ich einfach genommen habe und draufgepackt habe, bis man dann irgendwann sich mal dann hinsetzt, Gedanken macht und gerade dann auch, wenn ich in den Job gekommen bin, dann merkt man halt, Copyright und so ist jetzt gerade nicht so unwichtig, weil wenn ich Sachen mache, möchte ich ja auch, dass das irgendwie geschützt ist und ich erlebe trotzdem immer noch jetzt, dass viele Leute auf mich zukommen, hatte ich jetzt die Tage erst, da kam einer und sagte, ja, ich mag den Charakter aus der Serie und ich sage, tut mir leid, das kann ich nicht einfach da draufsetzen, weil ich habe halt keine Rechte an dieser Serie und wenn man den Leuten das dann gut erklärt, dann war so, ah ja, schade, hätte ich gerne drauf gemacht, aber es macht ja vollkommen Sinn und dadurch achte ich da drauf, wenn dann Teams zu mir kommen, die sagen, die haben Sponsoren, dass ich irgendwie so einen Ansatz, weil es zumindest den Nachweis habe, ja, okay, das sind wirklich Sponsoren, die von dem Team sind, die dürfen das nutzen, weil gerade, weil sich das jetzt immer mehr ausbreitet, möchte ich natürlich auch nichts draufpacken, was ich nicht darf, weil es mir erstens Probleme bringen würde, wer weiß, wem es sonst Probleme wird, weil am Ende weiß vielleicht jemand gar nicht, wo dieses Design herkommt und dann wird der in die Probleme gezogen, der damit fährt, und daher achte ich da drauf, das wirklich so wenig oder eigentlich auch wirklich gar nicht mehr zu machen. Hast du es schon mal erlebt, dass es tatsächlich rechtliche Probleme gab, als jemand mit den Skins vielleicht etwas zu weit gegangen ist? Ich muss sagen, im Simracing ist mir das ehrlich gesagt noch nicht untergekommen. Ich kenne das so vom Job, dass das mal passiert ist und das sind auch andere Bereiche, aber im Simracing jetzt nicht. Kann es natürlich gegeben haben, ich will jetzt nicht sagen, nee, habe ich nie gesehen, mach das einfach, passiert eh nichts. Das wird wahrscheinlich schon sein, aber mir selbst, vielleicht auch, weil ich selbst immer mehr darauf geachtet habe, ist es wirklich noch nie passiert. Mato Colori, das ist deine Marke sozusagen. Wo soll es denn noch hingehen? Hast du irgendwelche Ziele oder Träume? Wir haben es schon gehört, du würdest natürlich gern mal vielleicht auch im echten Motorsport etwas designen, aber sonst, was sind deine Ziele und Träume? Ja, ich glaube, das Größte ist wirklich, dass das vielleicht mal so weit ranwächst, ist, dass ich mir überlege, dass ich das mehr zu meinem Hauptding mache, vielleicht auch sogar dahin gehe, dass das dann mein Job ist, weil ich verfolge viel auch so in Social Media andere Künstler und Street Artists und was auch immer, die dann irgendwann sagen, so hey, das ist so sehr gewachsen, ich habe jetzt meine eigene Büros und ich kann das selbst machen, die Leute kommen zu mir. Das wäre natürlich ein Traum. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt will. Ich bin eher so da drinnen, was sich ergibt, ergibt sich, weil das wächst gerade. Klar, man plant halt schon immer ein bisschen und es muss halt irgendwo durchdacht sein, aber ich setze mir jetzt nicht das ganz große Ziel, weil irgendwo muss es mir auch noch Spaß machen und ja, dieses im realen Motorsport zu landen, wäre natürlich auch eins der großen Ziele. Es muss aber auch nicht der Motorsport sein, weil das ist natürlich das Hauptding, was ich mache, aber es kann man auch manchmal und dann so dadurch dann mal Streamer auf mich zu, die dann irgendwie einen Twitch-Overlay oder was auch immer. Es wandert auch davon ab, wobei ich immer merke, dass das Hauptding ist immer noch, weil ich so aktiv im Simracing selbst auch bin, dass das das Hauptding ist und ich würde ja nicht lügen, wenn ich selbst hätte, also selbst auch Lust hätte zu fahren, so mit meinem eigenen Team, meinem eigenen Fahrzeug, meinem eigenen Design, das wäre das Nonplusultra, aber da sehe ich mich nicht. Ich glaube nicht, dass das passiert. Marcello, wir kommen langsam aber sicher auf die Zielgerade. Jetzt gibt es wieder das Beyond-Simracing-Boxen-Geflüster und es liegt natürlich auf der Hand, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben vielleicht jetzt selbst Lust bekommen, mal, wenn sie selbst als Simracer aktiv sind, vielleicht auch mal selbst Hand anzulegen und das Ganze mal selbst zu probieren. Wie entwirft man das perfekte Fahrzeugdesign? Das ist natürlich eine Wissenschaft für sich. Was ich aber sage ist, jeder, der Interesse da dran hat, ich bin auch in ein paar Discords, wo so viele Communities um Simracing aufgebaut werden und natürlich bin ich auch immer vermehrt in dem Bereich unterwegs, wo es dann um Designs geht und packe selbst was rein und taue ich mich auch aus und es gibt eigentlich mittlerweile keine Ausrede mehr, um das nicht zu machen. Es gibt so viele Freeware-Software, wo man mit einsteigen kann und man muss natürlich seine Erwartungshaltungen so setzen, dass man nicht sofort die Meisterwerke erstellt. Und was ich am wichtigsten finde, ist so ein bisschen ein Auge darauf zu haben, was mache ich selbst, was machen andere, was machen Reales und ein paar Regeln herausfinden. Natürlich, am Ende kann man machen, was man will und perfekt ist im Auge des Betrachters, aber am Ende gibt es ja Dinge, die funktionieren und dadurch habe ich halt auch irgendwann angefangen, mir Referenzen herauszusuchen, mit anderen drüber zu sprechen, wie die Sachen handhaben und gerade dieser Austausch macht viel, sich Arbeiten von anderen angucken, weil irgendwann sagte mir mal, ich weiß leider gar nicht mehr, woher das kommt, sagte, seinen eigenen Stil kreiert man nur, wenn man sich seine Vorbilder anguckt, von allen das rauspickt, was man am besten findet, das so ein bisschen kombiniert, sein eigener Input kommt dann da noch rein. Man wächst an dem, wenn man immer weitermacht, es ist halt wie ein Instrument lernen, wie alles, was man lernen muss, eine Sprache oder so, man muss sie einsetzen, man muss da dranbleiben und sich immer wieder irgendwie, das muss in Benutzung bleiben, sich neues Wissen rankarren und so würde ich sagen, habe ich halt auch nach und nach, wenn ich mir jetzt meine alten Sachen angucke, dann denke ich mir auch so, ja Mensch, nee, war ein weiter Weg und es geht auch immer noch weiter, ich gucke mir auch so oft noch Sachen an, wo ich mir denke, Mensch, das ist smart, dass er das gemacht hat, ich muss das auch gucken, dass ich das in meine Designs noch einbringe. Von daher, perfekt würde ich sagen, erreicht man vielleicht nie, soll jetzt auch gar nicht entmutigend sein, es ist halt eher der Ansporn, man kann immer noch was lernen, man kann immer noch weiterkommen. Wenn man jetzt als kompletter Anfänger um die Ecke kommt, ich glaube, die interessanteste und wichtigste Frage ist natürlich, mit welchem Grafik-Tool arbeitet man, also vor allem, wenn es auch um Freeware geht, also klar, das Nonplusultra, ich glaube, das weiß so gut wie jeder, ist natürlich Adobe Photoshop, aber es gibt ja auch noch kostenlose andere Programme, welches würdest du empfehlen und vielleicht auch, welches ist relativ einfach zu bedienen, auch für den Anfang. Wie du schon sagst, Photoshop ist das Nonplusultra, aber wir wissen alle, Photoshop ist teuer, selbst wenn man als Student, vielleicht weiß das jemand noch nicht, als Student kommt man da sehr viel günstiger dran, es bleibt aber ein Aber-Modell, von daher muss man da dann auch noch abwägen, ob man das machen will, aber es gibt zum Beispiel Gimp, ist wahrscheinlich eines der bekanntesten, die so ein bisschen Photoshop nachahmen und dennoch Freeware sind und super stark sind und da kann man auch, wenn man das für R-Faktor machen will, braucht man ja dieses NVIDIA-Plugin für die DDS, das funktioniert da drauf auch und ansonsten alle anderen wie Assetto Corsa und iRacing und sowas benutzen alles gängige Dateiformate, von daher muss es noch nicht mehr GIMS sein. Da gibt es so Paint.net zum Beispiel, das ist auch eines. Die zwei sind, glaube ich, so die stärksten, wo man mit einsteigen kann, die so vom Grundgerüst her alle Funktionen bieten, die man dafür braucht. Was würdest du sagen, wie lange braucht man, um so gut zu werden wie du? Ach, ich meine, das ist unterschiedlich. Jeder lernt anders, jeder investiert anders Zeit, wie seine Lebensumstände sind. Das ist natürlich, jetzt weiche ich dem einen Ergebnis wieder aus, aber es ist schwer zu sagen. Das ist einfach, wie viel Spaß, wie viel Kreatives denkt man schon mitbringt, was vom Vorwissen hat man. Ich glaube, am wichtigsten ist einfach nur dran zu bleiben und wenn man dann selbst den Fortschritt merkt, dann motiviert das einen auch selbst. Marcello, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und bei uns zu Gast warst. Das war mir eine Ehre und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg bei deinen weiteren Projekten und wer weiß, vielleicht reicht es ja irgendwann auch mal für ein richtiges Motorsportfahrzeug. Vielen lieben Dank, Marcello Tocco. Ja, vielen Dank für die Einladung und mal sehen, wo die Reise noch so hinführt. Wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Ich fand es wirklich sehr erfrischend, mit Marcello über dieses spannende Thema zu sprechen, wie viele Kleinigkeiten tatsächlich in so einem Fahrzeugdesign im Simracing stecken. Wir sind jetzt gespannt auf euer Feedback. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht mit Lackierungen, mit Fahrzeugdesigns im Simracing-Sport und wir sind natürlich auch sehr gespannt auf euer Feedback zur Folge. Schreibt uns gerne entweder auf YouTube in den Kommentaren unter diesem Podcast oder natürlich gerne auch auf Facebook oder Instagram. Wir wünschen euch jetzt noch eine angenehme Restwoche und freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Mal, wenn ich einen spannenden Akteur aus dem deutschen Simracing-Sport interviewen darf. Bis dahin wünsche ich euch angenehme zwei Wochen. Keep Simracing. Ciao. Bis zum nächsten Mal.